Hallo, mein Name ist D'Aquila, willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Sibirien und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 4 und stehen auf Rang Nummer 7 mit 43 Siegpunkten. Und ja, Hero Down, Hero Down, es ist leider ein Desaster passiert hier, das war, ach das ist so furchtbar, denn unser Held ist hier heute Nacht gekrepiert in dieser Stadt von der Mongolei und ich bin mir immer noch nicht sicher, was da eigentlich passiert ist. Es war wirklich merkwürdig, denn wir hatten dreimal so viele Truppen wie sie, also mindestens eigentlich. Wir hatten wirklich viele Truppen gehabt und wir hatten Kavallerie und unseren eigenen General und irgendwie haben wir das verloren und eine Festung ist da. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist, ich war über Nacht nicht da gewesen, als der Angriff kam. Wir hatten aber eine Menge Truppen aus zwei Richtungen, die reinkamen, sogar viel mehr als sie hatten, haben das trotzdem haushoch verloren, krachend verloren, den Angriff. Ich glaube, da muss irgendwas passiert sein, ich weiß nicht was. Auf jeden Fall ist unser Held krepiert und alle Truppen ebenfalls mit. Das ist natürlich sehr traurig, gerade für die Heldenrunde, die wir hier gerade spielen, aber fürchtet euch nicht, denn Callahan wird zurück sein in knapp einem Tag. Das heißt, ja, dann haben wir ihn wieder da, können wieder einsetzen mit seinen ganzen Begleitern auch. Das ist gar nicht mal so schlecht sogar, weil wir alle dann kriegen. Das ist sogar vielleicht fast schon gut, den nochmal rauszunehmen, taktisch quasi. Aber auf jeden Fall ist er fürs Erste jetzt nicht da. Das bedeutet, wir müssen den Angriff heute nochmal so fahren. Das Gute ist, heute kommen unsere weiteren Kavallarien online, haben dann fünf insgesamt. Die können den Angriff wagen, weil die Truppen jetzt echt kaputt sind. Aber ja, es hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit gekostet, da die Provinzen groß sind, nochmal mehr Zeit gekostet. Aber ich hoffe, dann können wir jetzt hier alsbald endlich den nächsten Angriff starten, denn er ist ja schon lange geplant. Wir wollen ja eigentlich hier oben ja Kuzien angreifen. Das Gute ist, wir machen weiter sehr guten Fortschritt mit den Generellen, denn weitere werden hier erforscht. Wir sind aktuell bei 60 von 100 für unseren Artillerie-General. Der ist aber erst ab Tag 10 relevant, aber dafür hier Viscount Allenby ist auch schon bei 35 von 100. Das heißt, er wird auch auf dem Weg sein. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht gerade mit dieser Operation hier unten. Und in den nächsten paar Provinzen, die wir einnehmen, nochmal fünf Provinzen, dann bekommen wir nochmal 30 Medaillen für ihn. Das heißt, dann stehen wir da, ja, bei gut nur 65, aber wir kommen langsam hin. Wir werden ihn also noch irgendwann freischalten, da wir auch mit anderen Runden ebenfalls noch leveln, kommen wir langsam in die richtige Richtung. Unser Ally Burma unten lebt auch noch, das ist auch sehr schön, breitet sich ja auch weiter gut aus. Ich wollte gerade sagen, wo man hier unten eigentlich zwei generell ist, über Pakistan und Madras und die sind übrigens immer noch verbuggt. Das heißt, die Anzeigen hier stimmen nicht. Wir sehen unsere eigene Level, das sind die auch bei Level 0 gerade, aber die wir noch gar nicht haben, während die hier Level 5 alle haben. Wie ja auch wir, unser Keilerherrn ist inzwischen auf Level 5 und damit voll aufgelevelt. Wir können ja auch mal, ich überlege gerade, kriegen wir das hin? Kriegen wir das hier verteidigt? Wir haben dann eine 2er Defensive, der hat einen 2,5er Angriff. Echt so viel Unterschied durch die Hitpoints, wow. Gehen wir da mal rein. Nerven die ein bisschen, ne? Ich meine, wenn der das angreifen will, können wir da ja auch reingehen. Und, ähm, gut, wir könnten andererseits auch eine eigene Einheit hinschicken. So schlimm ist es ja auch nicht. Ähm, ja, wir könnten eine eigene Infanterie losschicken. Aber wir riskieren es, obwohl, wir können schon mal, wir können, wir können mal eine eigene Zweiertruppe schicken und dafür eben die Provinz halten, das macht schon Sinn. Die kommen dann in 6 Stunden, obwohl, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Wir versuchen es mal, ähm, und dann können wir nochmal die Provinzen hier drüben schützen. Und, äh, ja, wir werden unser Bestes tun, um jetzt hier die Mongolei schnell zu besiegen, denn dann ist der Plan eben natürlich auf Jakuzien zu gehen. Wir können leider keine großen Mengen an Kavallerie produzieren, da uns da für die Ressourcen fehlen. Aber, was wir machen können gerade, ist, wir können eine Menge Stahl verkaufen. Denn wir haben sehr viel Stahl und den brauchen wir gerade nicht in diesen großen Zahlen. Und der Preis ist gut, das heißt, wir verkaufen ein paar Mengen davon und können dann dafür nochmal ein bisschen hier auf dem Markt einkaufen. Einkaufen, Getreide und nochmal ein bisschen Fisch für unser ganzes Geld. Dann nochmal ein bisschen Stahl verkaufen. Und dann haben wir nochmal ein bisschen was übrig, um zumindest einen weiteren Batzen Kavallerie zu produzieren. Dann können wir damit auch den Angriff auf Jakuzien beginnen. Das wäre nämlich schon sehr wichtig als bald, dass das mal klappt. Denn wir müssen einfach mehr Provinzen bekommen. Wir sind ja eigentlich gut weggekommen aus unserem Startbereich. Das lief ja jetzt ja bis gestern Nacht auch wirklich solide. Aber trotzdem breiten sich hier alle schneller aus als wir. Es gibt auch viele Nationen, die gerade groß werden. Das muss man auch dazu sagen. Also wir haben aktuell eine höhere Dichte an großen Nationen als sonst. So eine Zahl hier ist sehr ungewöhnlich. So viele größere Nationen auf der Karte sind eigentlich relativ selten. Aber wir haben auch eine große Aktivität. Hier sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also alle Nationen noch aktiv. Die meisten irgendwie da. Hier auch. Also viele sind noch irgendwie da. Und das hilft natürlich sehr dabei, dass die Karte jetzt auch so viele große Länder hat. Weil die meisten noch irgendwie leben. Aber auch alle irgendwie groß geworden sind. Viele KIs wurden verschluckt. Das bedeutet eben, dass die Karte überdurchschnittlich aktiv aussieht. Und auch ist. Und dadurch eben sind wir durch unsere gute Performance immer noch nicht weit oben. Und da wir große Provinzen haben, geht es sowieso nicht sehr schnell nach vorne. Das, ja, man merkt die Reisezeiten eben gewaltig. So eine Provinzie ist halt so groß wie hier drüben. Ich zeige es immer wieder mal. Da sind halt hier irgendwie 10 Provinzen, sogar mehr. Die in einem Bereich liegen, der so groß ist wie eine unserer Provinzen. Also du kannst halt einfach unsere ganze Größe in einem Tag erreichen da drüben. Hier brauchen wir einen Tag, um von Norden nach Süden zu laufen. Da war eine schlechte Region. Da ist einfach eine böse Area. Und auch zum Teil der Grund, warum diese Nationen hier oft schlechter performen als andere Nationen. Auch hier oben. Die performen oft eher schlechter. Und auch nur gut in Koalitionen, weil einfach die Wege zu lang sind. Und du kommst nirgends hin. Und Europa performt oft schlechter, weil die Europäer sich meistens nicht einig werden können. Weil auch viele Leute einfach ein Land nehmen, weil sie es schon mal kennen. Deutschland geil im Weltkriegsspiel. Und dann aber meistens, weil sie sehr neu sind oder einfach AFK gehen. Das heißt, Deutschland oder Europa hat generell das Problem, dass Leute meistens nicht so gut spielen mit den Ländern. Aber auch, dass Europa dann ab dem Mittelspiel immer noch größere Entscheidungen treffen muss. Die müssen dann mal nach Afrika gehen oder dann nach Eurasien rein expandieren. Da wird es dann auch ein bisschen schwieriger und größer. Und oftmals schaffen es dann Koalitionen in Asien und Afrika, sich schneller zu vereinigen und dann weiter auszubreiten, als die Europäer das tun. Das heißt, Europa wird oft dann zu so einem drittplatzierten Kontinent, während dann Asien hier und Afrika hier darum spielt. Aber wir natürlich eben jetzt hier in der Position sind jetzt nicht so gut dabei. Aber das können wir natürlich alles noch ändern. Und wir werden dann zu einem kleinen Geheimland hier, das sich langsam ausbreitet und dafür sehr groß aussieht. Visuell sind wir sehr beeindruckend. Aber die Zahlen, die sprechen noch nicht für uns. Das kommt aber noch. Wir gucken mal auf die Verluste. Und sehen nichts. Sehen jetzt hier Mongolei 42.000, wir 54.000. Das ist natürlich nicht so schön. Aber das können wir hoffentlich dann heute später ändern. Sobald diese Kavallerie hier ankommt in einer Stunde, würde ich dann losgehen. Und dann kommen wir da heute Nacht an und können deren General wegklatschen. Und dann ist die Mongolei auch besiegt. Denn der Rest hier der Provinzen ist dann ziemlich free. Das sollte kein Problem sein. Und Burma hat auch bereits angekündigt, die werden uns helfen. Sie bauen sich mal weiter auf. Greifen auch Pakistan jetzt an. Der war in der Zeitung sehr nervig. Das finde ich gut. Und sie haben auch bereits Beziehungen eingegangen mit China hier drüben, mit der Republik China. Das heißt, die könnten dann mit uns gemeinsam eine Koalition bilden. Das wäre schon mal ein guter weiterer Schritt für unser Midgame. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns. In der nächsten Folge.